Autopsie Spezial, Samstag ab 20.15 Uhr bei RTL 2. Wir sind mittendrin in den Dreharbeiten von Extremschwer. Es gibt eine neue Staffel und was Neues, ihr könnt in den nächsten 300 Tagen die Kandidaten hautnah mitverfolgen und daran teilhaben, wie sie sich in den nächsten 300 Tagen entwickeln. Viel Spaß dabei und ganz wichtig, immer in Bewegung bleiben, am besten draußen, bei jedem Wetter. Samstag bei RTL 2. Autopsie Spezial. The singer Michael Jackson is reported to have died from a heart attack. Sie waren lebende Legenden. Ihr Tod schockierte die ganze Welt. This is the coroner's report. Dies ist der Obduktionsbericht zum Tod von Michael Jackson. Was geschah wirklich, bevor sie starben? Es wurden bei ihr keine Drogen gefolgt. Autopsie Spezial. Die letzten Stunden von Michael Jackson, Whitney Houston und Anna Nicole Smith. Samstag ab 20.15 Uhr bei RTL 2. Morgen bei RTL 2. Um 20.15 Uhr. Eine neue Folge Die Kochprofis. Das Landhaus Giertenmühle ist ein Minenfeld. Wie oft haben wir gesagt, wir hören hier auf. Wirt Jochen weiß alles besser. Ich muss mir nicht von anderen erzählen lassen, wie ich arbeite. Können die Kochprofis die Lage entschärfen? Um 21.15 Uhr. Eine neue Folge Frauentausch. Während Powerfrau Denise... Los! ...gewicht dich mal jetzt. ...ihre Kreativität neu entdeckt. Ich mag ein Armband machen mit so einem Engel. Voll die Fummelarbeit. ...wird Andrea zum Dompteur. Mach schön Sitz. Mach Sitz. Die Aktion ist völlig daneben. Dieser Tausch wird einfallsreich. Die Kochprofis und Frauentausch. Morgen ab 20.15 Uhr bei RTL 2.